Tadadadadadamt AAAADam dingen Oh, shit. Da körn' soils singen What the fuck Ich will einen Chernobyl Yoshi! Aber sofort! Die Dinger mag ich irgendwie, die sind cool Was? Sind da drögen? Das sieht irgendwie so einfach aus Ok Sorry Reani Wer bist du? So Na toll, Menze Menze, menzeomy Ja, fliegt am besten so tief, wie ihr nur könnt. Scheiß Fledermäuse. Welche Fledermäuse sind denn so aggressiv? Wir ziehen keine echten Fledermäuse. Warum ist denn da nie irgendwas Gutes drin? Das ist eine gute Flage. Jetzt halte ich da fest. Ich komme mal nach. Irgendwann. Hier mit Leidspilz, dann nichts. Da ist doch was dran. Nein, Pilz, das ist schon mal ganz in Ordnung. Alter, wo fällst du hier runter? Das weiß ich nicht. Eie, eie. Was ist denn, was ich gerade für ein Rumgeficke? Es wird später unsere Ausdrücke werden, ein wenig. Das ist in Ordnung. Es guckt eh keiner, dass unsere LP ist. Also passt schon. Aber das spielt doch schon, oder? Ich dachte nicht. Spätestens, wenn es sich herumspricht, dass wir schlecht sind. Hat unsere News bei Mario Bros. Wii LP damals nicht nur so viele Views gehabt, weil es so neu war? Nö, das war nicht nur so. Echt nicht? Das war nur zufällig, dass das Hering und wir gleichzeitig angefangen haben. Genau, du musst halt auch viele aufrufen. Wo wir ja zuerst den anderen Teil aufgenommen haben und dann den anderen zuerst hochgeladen haben, was saulustig war. Weil wir die ganze Zeit aus dem anderen erzählt haben. Ich überlege gerade, ob wir jetzt oben lang gehen sollten. Aber ich wäre fast dafür, dass wir oben lang gehen, weil das uns oben halt zu der Münze bringen wird. Oder halt auch nicht, ne? Oh, jetzt, alter! Lass den Scheiß, ich mach das. Nein! Er wollte auch einfach nicht hochspringen. Oder halt auch nicht. Arschgesicht. Du hast den Kuba getötet? Ich mach das. Ich mach das. Nein, nein, nein! Ich bin ja gleich und da. Ach, siehst du, geh doch. Siehst du, so geht das. Guck mich nicht so an. Ach, einfach. Mag ich dich nicht mehr. Das mochtest du noch nie. Das tatest du noch nie tun. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich dich gar nicht empennen lassen. Ich hab dich schon längst weggemobbt. Wie alle anderen Menschen, die ich nicht leiden kann. Eben? Das stimmt gar nicht. Jeden zweiten? Ich bin voll umgängig geworden. Das ist irgendwie klar. Zum vorstellen, ich geh sogar mit anderen Menschen weg. Ich geh auf Partys. Äh, nein, ich sag's nicht auf Partys. Dann und wann geh ich halt mal so, wo laute Musik läuft und so auf Konzerte. Konzerte? Und weil das da auch was war, was ich früher auch gemacht hab. Aber dann hab ich irgendwann damit aufgehört. Und schade. Ich hab ein Geschenk. Mach's weg, mach's weg. Mach's weg. Mach's weg. Ich hab das Gefühl, da links ist irgendwie besser. Ja, dann lass doch links gehen. Okay, lass links gehen. Bist du gerade gestorben? Warum bist du nicht in diese Röhre? Achso, geht nicht. Ja, das hab ich auch probiert. Okay, links ist irgendwie sinnlos. Lass mein Freund in Ruhe. Nein! Du hast da jetzt echt draufgehauen? Ich? Ja. Blase? Ja, ich war in der Blase, bevor du losgesprungen bist. Ich hab damit nicht gerechnet. Weil ich dachte, ich komm, wir gehen schnell wieder rüber. Hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir? Was? Ja. Hatten wir. Wir hatten auch schon zwei Münzen, also... Ja, das wusste ich auch noch. Die Feuerblume hättest du jetzt echt sparen können. Hm? Hm? Die du eingesetzt hast. Hm? Äh, war ich gar nicht mehr... Hä? Guck mal, da gibt's Röhre. Wollen wir ne Bombe, warte. Du hast eine... Oh Gott. Ja, gut, ist okay. Ich will dich nehmen, nicht dich abschießen, hallo? Dann lass es einfach. Oh oh. Raph. Oder bleib dir das stehen. Ich mag, dass du dich opferst. Mach dich irgendwie sympathisch. Bastian. Mach dir noch ein bisschen Angst, aber ansonsten ist schon gut. Das sieht ja ganz toll aus. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Deswegen? Das würde ich mit mir geben können, du Arschgesicht. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass da mehr ist. Da ist nichts, hab ich ja ausprobiert. Ja, wir hätten jetzt Bomben zugucken können, wie sie immer ihren Tod fallen. Das ist lustig. Das ist viel zu grausam. Was? Warum? Bin nett. Ach, ja, ich hab ihn auch wiederhört mir das. Ja, jetzt nicht. Ich bin müde. Nicht am Hammerbruder sterben. Der ist schon kurz. Ist ja alles gut. Durch meine brutale Hand. Das ist ja nichts Neues. Du wärst nie gefunden. Hm? Find ich gut. Ich hab mir den Hammerbruder nicht gesehen irgendwie. Bis es halt zu spät war. Ach, da werden die produziert. Okay. Alter. Ja? Magst du mir einen Gefallen tun? Ja. Willst du auch nicht warten? Okay. Warte geht's. Warte. Warte. Was willst du jetzt machen? Wolltest du das hier? Guck mal, ein Mitleidspilz. Hol ihn dir. Oh. Gar nichts bekommen. Keine Punkte. Kein Leben. Aber du stehst da sehr, sehr souverän, muss ich sagen. Wie macht man das? Was? Das ist mein außerordentlicher Gleichgewichtssinn. Egal, ich hab immer noch 19 Leben, also passt schon. Oh, Moment. Oh, oh. Musst du was holen. Das ist dick, das ist fett. Das ist Yoshi. Was machen die Yoshis denn? Ich glaub, das waren die Wasserpfeife. Die Wasserpfeife? Ja, die Wasserpfeife. Ach, die Blubber-Yoshis. Ja, ja. Die waren schwul. Feisthörnchenskobel. Hier ist das Ding. Feisthörnchenskobel. Okay. Geh da weg, geh da weg. Moment, ich werfe dich jetzt kurz mal runter und... War das gut? Ich weiß es nicht. Naja, haben wir ein Leben insgesamt. Komm mal, Eri, Yoshi. Ist ja gut. Jetzt haben wir sie gewaschen, die Hörnchen. Jups. Oh, das wird dir lustig nachher. Das wird irgendeine Timing-Sache für einen nutzen. Ernsthaft, jetzt? Wo bist du? Oh, da. Ich bin jetzt schon ein Geister. Ach, Mann. Du bist einfach nur genial. Frag mich nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber... Wieso bist du tot gewesen? Ich hab A gedrückt. Also ich hab nicht A gedrückt, ich wurde halt mitgezogen. Achso. Was mein, Yoshi? Er ist hässlich, ich weiß, aber wo ist er... Das ist wie gerade einfach so... Geh mal da lang. Ach, Mann. Im Wetten, sobald's dann wichtig ist, treib ich eben nicht diese Ecke. Was mach ich da eigentlich? Ich bin zu nett. Das war lauter. Das war lauter. Das ist gut land. Friss den Yoshi. Such. Okay, das ist gut. Blubber, den Blubber, Yoshi. Kannst du nicht damit anblubbern? Nö. Das darf. Was hat der überhaupt schon wieder? Ich verstehe auch nicht so ganz, für was diese Fähigkeiten sind. Nö, auch nicht. Der Chernobyl-Yoshi leuchtet und frisst alles. Das ist cool. Der Ballon-Yoshi, der ballongt halt. Nö? Und damit kannst du fliegen. Das ist ziemlich cool. Aber der Blubber-Yoshi? Der Blubbert. Ist das Ding einfach so, keine Ahnung. Das ist eine Wasserpfeife. Ups. Oh gut, ist nicht wichtig. Sau cool. Alter. Das ist wichtig. Pass mal ein bisschen mehr auf, wo wir hier hingehen. Ah. Okay, ich bin gleich wieder da. Ja, blubbern. Ja, gut, genau. Ja, und das waren jetzt alle Münzen? Nö, ist okay. Sau, in Ordnung. Soll nicht jedes Mal alles so pissschwer sein. Ja. Willi, Lu. Oh, ich bin mir lieber gewesen. Huch, wo habe ich 24 Leben her, Alter? Von da. Schossen. Geiler Move. Da frisst du übrigens auch alles. Also die kleinen Fettsäcke fressen alles. Überraschung. Catch you. Alter. Ich frage mich. Achso. Ich war den Cent irritiert. Naja, was soll's. 24 Leben, das passt. 25. 25 Leben, ja, das passt echt. Kommst du mir sehr flüssig durch, durch diese Welt. Haben wir jetzt mitgenommen, oder was? Eigentlich, was? Ah ja. Toll. Ich hätte eigentlich was anderes mit dem vor. Ne? Na, ein Leben verarbeiten. Wurde den gerne rumtauschen. Der leuchtet nicht. Scheiß Pilzhaus. Ja, das ist kein Chano-Bili-Yoshi, Mann. Die Chano-Bili-Yoshis mag ich. Okay, ich tippe mal, wir machen diesmal plus zwei. Okay. Eins. Okay. Immerhin. Ist noch gar nichts. Bisher läuft's gut. Und dann haben wir auch noch kein Leben abgezogen. Null jetzt. Oder hast du schon eins? Nein. Ach, Mann. Ich hab mich jetzt eins eingesammelt und eins... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich wieder genau eins. Eins. Zwei. Ja. Drei. Das ist ganz weiß. Das ist aber so fies. Wird haben wir eingesammelt und drei müssen... Was? Wann? Ich hab aber ein bisschen anders gezählt. Ich auch. Vor allem dachte ich, wir hätten mehr eingesammelt von den Guten. Nö. Nicht? Ist mir so schlecht. Ja. Ist immer Schadung. Naja, was sollst du? Ist ein bisschen traurig. Gott, John. Ein Leben haben wir auf jeden Fall... Zwei Leben haben wir auf jeden Fall durch die Münzen bekommen. Ballett der Piranha-Pflanzen. Ja, da stehen gleich mehrere Wörter drin, die mir nicht gefallen. Ballett, Piranha, Pflanzen, Dea. Und dann schon wieder nur so blöde Blubber-Yoshis. Was? Das war nicht zu gebrauchen. Magst du mir erklären, was du da gerade in diesem Augenblick gedacht hast? Hey, da ist ein Abgrund. Werf ich doch mal meinen Blubber-Yoshis rein, oder was? Eigentlich eher sowas wie vor meinen Händen, um mich da festzuhalten. Ich fand's auf jeden Fall. Ends cool. Ich musste auch erst mal ordentlich lachen. Also, das war echt so cool. Damit hab ich dann jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Alter, was war das denn jetzt? Eisblumen. Eisblumen ist okay. Eisblumen ist gut. Oh, Mann. Ja. Was machst du da eigentlich? Der geht nicht kaputt. Das ist nämlich in das Spiel, das wir eventuell irgendwann noch spielen könnten. Tatsam? Nee, in den Jungs. Ich bin irgendwo oben. Ich bin irgendwo oben. Nein. Ich bin oben. Ich bin irgendwo oben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, nein. So hoch hier. Was? Irgendwann bin ich hier. Toll. Ja, kommst du jetzt vielleicht mal wieder runter. Okay. Kann weitergehen. Da gibt's nix. Sprach ein Teddy. Ups. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, alter. Mach Eis. Wie viel so'n getretener Hund, das viel. Boah. Warum geh ich plötzlich nicht mal in der Kette, alter. Was ist denn denn in der Gütte, für dennoch? Ich, ähm, komm mal nach. Okay. Das erste Checktum, gar nicht eine Münze gefunden. Ist das schlecht. Du kannst fliegen, alter, ich nicht. Will angreifen, will angreifen. Ja, freu dich, Kupa. Das hat nicht funktioniert. Gibt's ein Leben. Ne, ne, ne. Hast du's jetzt bekommen? Ne. So. Nein. Jetzt hab ich. Nein. Wie soll mein Name ankommen? Hallo? Ja, ich würd' nur sagen, das machst du, ne? Weil du ja... Ah, wir müssen ja kommen. Irgendwo bin ich ja runtergefahren. Respekt, alter. Das muss man doch erst mal hinkriegen. Okay. Gut. Gut. Glücklich gut. Ne? Hast du da gezielt, oder war das einfach nur, ups, ich könnte bedrücken? Ich bin gut. Das ist alles, was ich dazu sagen. Okay, du bleibst jetzt stehen und ich fliege rüber. Ähm. Das ist dezent scheiße. Ja. Aber jetzt müsste es klappen. Kommst du denn jetzt her? Ähm. Achso, du kannst dich da oben hinstellen. Das wäre vielleicht angenehmer. Weißt du, dass man da oben steht und... Jaja, okay. Krr. Krr. Oh. Oh. Ich will da nicht gegengtippen, da ist ne Eisblut. Ja, scheiß drauf. Gut, dann stell dich jetzt da oben hin und ich schwebe. Ähm. Fliege. Fliege. Jo. Boah, du musst es nicht mal ab. Ja, ich bin... Das war die dritte. Das tut mir weh. Ja, das heißt, wir haben ja dezent irgendwas übersehen. Ich würde sagen, die erste und die zweite. Echt? Ich bin jetzt erst mal... Ich gehe jetzt eher auf die vierte und die fünfte gesagt, aber... Ich meine, ich kenne mich da natürlich auch nicht so gut aus wie du. Das merkt man. Alter. Ich mach das mal. Nein, bitte mach es nicht, weil dann bin ich wieder tot. Ich kenne das doch. Wenn du irgendwas machst, dann krieg ich ja schon wieder die Klüge. Das ist irgendwie ein kurzes Level. Also, von der Zeit her. Danke, dass du noch schön auf meinen Kopf drauf springst. Das mache ich gerne. Ja, ich merke es. Ich komme zwar auch sehr intelligent von dir. Nein. Nein, das hilft doch nicht. Haben wir es jetzt bald. Oh, ich gehe jetzt einfach weg. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Stress. Mit dem Kern hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Warte mal auf mich. Ja. Hüpf. Warte mal, warte mal auf mich. Tausend. Zehnfach. Oh Gott. So, wir heute wieder Fernsehen oder was? Ja. Jetzt meine ich, deinen Scheiß, Yoshi, da so rumgelegt und aufgrund runtergelegt. So, total cold blood. Ich stelle es sich mal hin und... Oh Gott, jetzt werde ich mir das so oft angucken. Das ist der Hammer, ey. Hätte ich dir nie zugetraut, Mann. Da gibt es irgendwie ein Level, zu dem wir nicht hin können. Oh, wird noch. Hä? Hä? Warum? Tom? Habe ich das verpasst? Eigentlich nicht. Ich dachte, ich werde langsam mal an die Scheißfestung dran, oder? Ja.